Guten Tag, sind Sie Herr Grau, der neue Kollege? Wir kennen uns noch nicht. Mein Name ist Smith. Grüß Gott. Ja, ich bin Peter Grau. Freut mich. Arbeiten Sie schon lange in der Firma? Ja, ich arbeite seit sieben Jahren in der Firma. Aber ich komme nicht aus Wien. Ich auch nicht. Ich komme aus Deutschland. Und woher kommen Sie? Ich komme aus England. Ich wohne seit acht Jahren in Wien. Aus England? Interessant. Meine Familie und ich wohnen seit einem Jahr in Wien. Schön. Trinken Sie einen Kaffee mit mir.